Erster Redner ist der Kollege Florian Streibl. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, ja, es ist dringlich. Wir müssen nur in die bayerischen Berge, in den bayerischen Alpenraum gehen und dann wissen wir, was für eine Notlage dort für die wild lebenden Tiere herrscht. Die Schneefälle in den letzten Wochen haben hier zu einer Notsituation geführt. Man mag es vielleicht hier in München nicht glauben, aber wir haben immer noch Schneehöhen bis zu über zwei Meter, die das Wild das Leben fast unerträglich macht. Und hier reden wir nicht nur von Gams, Rot, Rehwild, sondern auch von bedrohten Wildarten wie Steinwild, Auerwild, Birkwild, Schneehühner und weitere Tierarten, die jetzt große Not leiden. Und wenn nicht gefüttert wird, wird es hier ganz massive Einschnitte in die Artenvielfalt hier auch in den Alpenraum geben. Und hier dürfen wir nicht wegschauen. Und die Notsituation wird immer stärker. Das Wild drückt auch immer mehr jetzt von den Bergen herunter in besiedelte Gebiete. Es gibt auch schon Rehe, die man jetzt in den Dörfern gesehen hat. Und was noch tragisch dazukommt, wir haben bei schönem Wetter natürlich auch einen Freizeitdruck. Allein im Ammertal haben wir sechs Rehrisse von Hunden. Und das sind jetzt keine schönen Anblicke, wenn dann Jäger oder aber auch Wanderer dann ein von Hund gewissenes Weh auf der Wegsee sehen. Also das möchte ich jeden auch hier ersparen. Deswegen ist es absolut notwendig, dass man Notfütterungen macht, dass man hier dem Wild entgegenkommt. Denn das sind die Arten, um die sich sonst eigentlich keiner kümmert. Und hier wollen wir ausdrücklich allen Revierförstern, allen Jägern auch danken, die hier Einsatz zeigen. Und auch unter größten Mühen in unwegsames Gelände Futter für das notleidende Wild bringen. Und das ist jeden Respekt wert. Und das wollen wir auch hier zu dieser Stunde mal sagen. Und das ist dringlich, dass man auch hier sehr Dankeschön sagt für die, die sich um unsere Wildarten kümmern. Aber es geht nicht nur um das Wild, sondern es geht auch vor allem um den Wald. Wenn das Wild kein Futter mehr findet, wenn Schneehöhen bis zu zwei Meter, wo gerade vielleicht von kleinen Bäumen noch die Wipfel rausschauen, das Verbissrisiko ist wesentlich höher wie in einem normalen Winter. Das Verbissrisiko und Schälrisiko an unseren Wald ist hier enorm gestiegen. Und um denen entgegenzuwirken, ist es gerade gefordert, dass hier auch gefüttert wird, damit das Verbiss wieder zurückgeht. Gerade bei Leibtrieben wird man wahrnehmen müssen, dass die sehr stark verbissen werden. Und von so her sind wir dafür, dass hier jetzt gehandelt wird und auch denen, die handeln, gedankt wird. Ein weiteres ist auch die Sache, dass die Tierschutzvereine in den Gebieten auch mittlerweile Alarm schlagen und sagen, bitte tut hier etwas, weil so kann es nicht weitergehen. Und mit der Lawinengefahr haben wir noch einen weiteren Punkt, dass wir auch sehr viel Fallbild dann zu beklagen haben, das dann auch im Sommer erst dann, wenn die Schneemassen weichen, dann wieder auftaucht. Also das sind alles keine sehr schönen Sachen, die da passieren. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Streibl, Sie haben Ihre Redezeit bereits eine halbe Minute überzogen. Ich darf Sie bitten, zum Schluss zu kommen. Gut, dann lege ich zehn Sekunden drauf und komme zum Schluss und bitte um Unterstützung für diesen Antrag. Dankeschön. Danke. 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 Danke.